Wir kommen zum fünften und entscheidenden Spiel, denn es steht 2-2 und das Spiel wird sozusagen den Gewinner für heute entscheiden. Und zwar geht es um das Spiel Cornhole. Wir haben jeweils vier von den Kissen hier. Wir haben die Linie, die Markierung und jeder wirft zweimal. Punkte werden wie folgt gezählt. Direkter Treffer sind drei Punkte. Wenn das Kissen auf dem Brett stehen bleibt, ist ein Punkt und falls dann ein Gegner euer Kissen runterschmeißt oder runter vom Brett schießt, dann 0-Punkt. Stark! Oh! Yes! Das wird besser. Ja! Jetzt schmeißt es halt absichtlich drüber. Nein, ich versuche zu teuchen. Aber es reicht. Schade! So, und wir haben einen Gewinner. Und zwar nach dem letzten Spiel haben wir jetzt einen Zwischenstand von drei zu zwei und somit gewinnen die LW Magics. Herzlichen Glückwunsch! Die Baumerlins haben gut gekämpft, aber leider hat es nicht geklappt. Ja, ich glaube, wir haben ja Glück gehabt, als die anderen. Beide Mannschaften haben es noch nie gespielt, von daher ein bisschen mehr Gefühl gehabt. Wir haben gut gekämpft, uns rangekämpft. So eine Aufholjagd kostet Kraft einfach. Ich glaube, wir hätten besser fokussierter gestartet. Hätten wir vielleicht am Ende noch ein bisschen mehr Kraft gehabt, aber ja, haben die beiden verdient gewonnen.